In diesem Video möchte ich euch zeigen, was man alles machen kann mit solchen Deckel von Milchtüte oder Flasche. Ich habe hier eine schöne Untersetzung. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Als Tischuntersetzer, als Glasuntersetzer. Noch größere kann man machen für die Topfuntersetzer. Ich zeige euch ein Blumentopf zu dekorieren, die nicht mehr so schön ist von außen. Mit einfachem Plastikdeckel. Einfach kleben über ihn. Und dann rund um. Schaut euch an. Der alte Blumentopf haben wir dekoriert mit einfachem Deckel von Milchpackung. Ich wünsche euch viel Spass zum Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.